ARD Text im Auftrag von Funk Maxi, Pixel Fun, Pixelspaß Kundran, der Juli Wörfel Ja, mit Öl, der Tau Tau Knalli, ne? Der Daniel Card Ja, der Lefi Hallo Oh, Juli, der Crack ist nicht mehr dabei Maxi hat mal angeschossen, oh Gott Maxi hast du vergessen, ne? Maxi ist natürlich da Fisk ist natürlich da Von wem? Ja, der Tag war ja der Anstrengende Fragt nicht Wer war das? Ich spreng mich gleich in die Luft Ey, Potzer hat gerade gerade geschossen Wir haben noch zwei Leute jetzt geschossen Das war Potzer Mach keinen Scheiß jetzt Pixel Pixel? Mach keinen Scheiß Die X Pro Du hast das S-Wort gezeigt BABY Von wem? Der Dodge Der Dodge Aber der hinter mir ist Oh, ich hab mich an einem Feld geschossen Hinter mir? Oh nein, der ganz hinten Was ist passiert, ey? Schweinei Der Baby flog durch den Raum Ups Ach ne Gold Dann bist du safe Toto, oh Gott Wen soll ich testen, Dalo? Potzer der Mörder Komm mal mit, komm mal mit wirklich jetzt Ich hab nämlich einen Eine DNA Was? Oh scheiße, liegt das Das war von Potzer Das Baby ist von Potzer Nein, links, links, immer links Immer links, immer links Immer links Immer links Scheiße, du bist weg Im Glück sind die Sofas hell Immer links, immer links War das falsche Ding? Du läufst rechts Mhm Ach du heiliger Kuchen Ich fass wieder Grances Spruchgebracht Geh geradeaus Okay Okay Das war Dalo Du? Und warum? Was? Ja, jetzt ehrlich Das war richtig Ich Juli, geh nochmal zurück Das ist schnell zurück, zurück, Juli Und jetzt Ach du das Du scheiße Oh, 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 oh Hallo Kommt bestimmt wieder zurück Wer lebt denn jetzt noch? Oh, ich? Das ist auch ein Errorzeichen? Ah, Dankeschön Das hab ich nicht Dalo hatte eben Traitor Fisk, du bist es doch, oder? Ich hab doch grad Dalo abgeschossen Warum, welches Item Ich weiß nicht, welches Item er hatte War ich in Errorzeichen Dalo wollte doch was an seinen eigenen Traitor-Kollegen verraten Achso Wo ist er denn? Ich glaub es ist Fisk Warte, 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 warte Das hat sich jetzt irgendwie ganz komisch angefühlt Ich dachte Wiesel, der hätte Piss gewollt, das ist nicht was. Äh, nein. Hat sich komisch angefühlt, weiß nicht. Scheuert. Hahaha, es ist Nephi, oder? Nein! Muss Nephi sein, Juli. Juli. Verwirr mich nicht. Ich darf sie nicht verfolgen, dann schießt sie gleich. Ja. Ah? Ich mach's jetzt einfach. Du Sau. Warte mal, Fisk hat Dalo getötet, ne? Ja, wie oft noch. Tut ihr das leid? Ja. Ach shit. Ja, es war klar. Es war klar. Es war klar. Wusste es schon die ganze Zeit. Oh, sorry. Juli, das ist nicht dein Fall. Sorry. War nur ein Schüsschen. Wo ist es? Er hat gerade Fisk erledigt. Ich stand im Chat. Na! Wo ist er denn? Hinter mir natürlich. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, fuck. Ich warte! Oh Gott. Ich bin's nicht. Da war er. Oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Der Näphi, auf ihn ist verlass! Der Nee, ja, der Fisk war auch einfach random. Meinst du? Einfach random. Aber der Kuro war nicht. Mich auch random. Man kann sich in dem Spiel gar nicht erschrecken und schießen, weil es keine Gegner gibt. Außer andere Spieler. Oh. Das ist das Early-Move. Ey, man fällt dir in den Traitor raus? Nur als Traitor, wenn du die Falle aktiviert hast vorher. Ja, was hattest du denn? Weil du ein Errorzeichen auch noch gedroppt hast. Das Errorzeichen hatte ich erst, als es gedroppt hat. Das war der Fassborder. Damit kannst du fünf exklusive Fässer spawnen. Dann hab ich den nicht. Nein. Ja, den hab ich aber auch nicht, wenn er droppt. Den gibt es nicht. Den hast du aber in der Hand. Achso, okay. Aber wenn du den droppst, dann nicht. Oh, war's nicht? Nein. Hallo? Nein, du könntest ihn am Boden gern haben. Der Bruder hat nicht mal angefangen. Richtig gut, hab ich gehört. Wenn ich es werde, kaputt ist, dann wäre das eine kurze Runde. Oh, das war blöd. Okay, du bist... Ey, das Fass ist in dir. Das ist... Ach, du nimmst das mit. Oh, schade. 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 Das ist die nicht. Geh runter von meinem Propp, ey. Nee. Von meinem Propp. Wenn du runter gehst, töte ich dich damit. Versprochen. Ja, wenn du runter gehst, töte ich dich damit. Was ist das für Versprochen? Versprechen. Alter, alle sind hier. Ich geh raus hin. Alter. Alter! Fisk! Ich weiß, was hat die geschossen. Ah, es brennt! Piu! Hä, ich bin Detective, Julie. Was? Ich bin Detective. Was? Ich hab nur gesagt, es ist Brand. Also, ich hab gesagt, es ist Brand. Es ist Brand. Es ist Brand, ja. Ich mach den Agent. Ich mach den Agent. Hier, Leute. Leute! Da! Oh, verdammt. Oh Gott. Er hat das fast gespawnt. Er wurde gemordnet. Da hat jemand fast gespawnt. Da hat jemand fast gespawnt. Sorry, sorry. Oh, auf mich! Das war Dalu. Julie! Dalu ist es. Dalu ist es. Dalu ist es. Wer war's denn jetzt? Du bist so dumm. Gegipfel! Da war's. Ohohoho. Jaa! Oh! Oh, das ist Freundschaft. Ouch...! Musch! Pixel... No, Fisk. Machest du auch X�nder-KA-Fipfel? Nein, ich war es nicht! Was ein Massaker. Aber das machst du gerne. Aber Julie hat doch den Detail erbricht, ne? Ja, richtig hart. Wenn man dieses Detail weglässt ... Ja, dann ja. Dann ist auch ein Job. Julie geht ja immer noch für mich. Ich dachte, sie könnte so ... Mich hat mein Traitor-Partner gekäht. Jetzt wird Dalo zum Ziel. Julie, wo bist du langgang? Links oder rechts? Ja, mein Traitor habe ich ja doch gekäht. Guck mal hinter dich, bevor ich erschossen bin. Geh weg. Oh. Weg. In die Ecke getrengt. Kommen. Goro, du hast es gesehen. Ich will es nicht sehen, ich will es nicht sehen. Da ist Foss-Sprengung! Was? Klang nicht gesund. What? Hast du es gesprengt schon? In Detection. Hast du es schon? Hast du es schon? Da kam da schon was von dir? Hast du es schon, Grants? Ey, hier ist eine Silent Sniper, Maxi. Bitte nehmen sie. Habt er schon? Hat er? Hat er, hat er. Hat er, hat er. Foss. 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 Auf mich. Wo, wo, du Balanabel. Bananabana. Hat hier gerade jemanden Silent Sniper gemacht? Ja. Wo, 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 wo. Wo, wo? Wo, wo? Wo, wo? Wo, wo? Wo? Juli? Was? Nein. Ich habe doch gar nichts gemacht. Juli ist es. Juli. Ich war es gerade eben, also jetzt nicht mehr. Juli, du bist die einzige. Juli, du bist die einzige. Juli Boy ist es? Der einzige Stern für mich im Leben. Einstellen. Einstellen. Oh! Eine Konad, 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 Konad. Das war noch ein Bischof. Das war noch ein Bischof. Das war noch ein Bischof. Deinen Namen tritt. Deine Zeit. Leute, die Mikro fliegt jetzt durch den Korridor. Oh, die brennt. Oh, die brennt. Ohne jetzt eure Gesangskünste zu kritisieren, aber es klingt wirklich grausam. Oh! Da! Ey, das war... Oh! Einstellen! Oh! Nee, leider nicht. Ist die Heilige da drin hochgegangen? Oh! Die Heilige ging in den Traitorraum. Da schießt er da raus. Oh! In den Traitorraum? Da hat wohl jemand versucht rauszuhalten. Nee, in den Traitor habe ich eigentlich nur eine normale Insel geworfen. Alle geteilt. Alter. Wurzel lebst du noch? Ich leb noch, ja. Wurzel? Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Du bist... Hier. Eben. Büro. Ich bin da, wo du mich gerade erschossen hast. Nee, vielfach nicht. Ganz genau. Nein, ich bin da, wo du mich gerade erschossen hast. Das ist so in der Mitte. Stopp! Ja, hier hinter dir. Du hast einen Schuss. Komm mal her. Ey, Fisk wollte den Traitorraum rein. Also du kannst... Zu zweit kannst du auch rein. Hast du was gefunden? Hat Pixel grad Feuer gemacht? Siehst du den runden Knopf an der Wand? Drück den, wenn ich jetzt sage. Pixel hat Feuer gemacht. Ja, hinter mir. Okay. Hehehehe. Ah, du Penner, du dummer. Fuck. Jetzt. Fuck. Okay. Okay. Oh nein! Oh! Aber ich hab ihn nicht getötet. Damit ist Darlöse. Er hat sich selbst getötet. Er hat den runden Knopf getötet. Sag ich doch Nephi frei zum Abschluss. Ja, schau dir eigentlich zu. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Weil, wie ich hier grad angeschossen wurde. Wahrscheinlich von Nephi. Ich hab keine Ahnung. Ja, er ist immer noch drin. Ähm. Er kommt doch nicht mehr so schnell raus. Wie, hol mal. Hier, belebt Kapuze mal wieder Nephi. Bitte töte mich jetzt nicht. Hört, wieso ist jetzt hier zugegangen? Ich will da einen reinwerfen. Hier. Do it. Do it. Done, traitor. Da war das jetzt wieder. Go to buy. Ich bin doch im Schild. Ja. Nicht so schnell. Schild. Echt. Echt. Wer war da hinten? Anzeige ist raus. Pfi, hast du was? Ist doch auch... Jetzt hast du mich vergiftet. Ja, das hier. Jame, Arno. Scheiße! Ja, easy game. Kapuze. Easy. Ich dachte... Das ist so ein... Das kann ein Trader drücken. Nee, das ist so ein blöder Knopf. Dann brennst du einfach. Keine Ahnung, wozu das da ist. Ach, das war da, wo du einmal... Ja, ja. ...gerannt bist und ich seh das so. Deswegen tut mir leid Kapuze. Aber ich hab dich ja nicht getötet. Ja, nee. Ich hab eine Panik bekommen und dachte mir, jetzt ist eh schon ja alles egal. Aber dann hat man irgendwie geschossen. Ja, du weißt ja, hätte er auch einfach schießen können. Wenn du nicht Trader bist, brennst du nicht, ne? Nee, doch. Auch dann. Egal. Du musst nur E drücken, dann brennst du. Ja. Ja, aber Trader haben doch nicht gebrannt oder wie war das? Doch. Kapuze ist verbrannt an dem Ding. Ich bin verbrannt. 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 Da brennt schon wieder jemand. Ja, alle drücken jetzt. Das ist ein Knopf. Ich weiß nicht, ob das nach dem coolen... Oh, stopp. Ich glaube, du stirnst. Ja. Oh. Oh, er hat das Fass angezündet. Was? Wer? Er will euch auch anstecken. Lasst euch nicht berühren. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ich werde gewolltätig. Komm her. Komm her. Oh. Oh. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh. Ah no. Wer brennt da noch? Mach sie. Das Problem ist, die Tasse wurde der Knopf. Kapuze ist immer reagiert. Gar nicht wahr, der Knopf ist noch hier. Leute, ich hab ein Geschenk für Nephias. Ich hab extra von der Seite versucht. Nephi, wo bist du? High five. Dallus! Vorsicht, ich hab hier ein Geschenk für Nephi. Das ist richtig. Nephi, bist du das? Hundrand. Hundrand. WTF, das zählt? Teste jetzt mal was. Scheiße, ist Nephi tot? Ne, Nephi läuft hier noch. Wo denn? Hier hinten bei mir. Was willst du von mir? Ich hab hier ein Geschenk für dich. Bauer, Nephi, du Nasoals. Ist ja eine Überraschung. Du bist ja keine Überraschung mehr. Ey, Goro, wo ist er? Er ist hier hinten bei mir. Ja, wo bist du? Hier hinten. Da hinten ist Hundrand, aber da ist Nephi. Halte ihn. Stun ihn oder so. Stun ihn. Ich hau ihn um. Nein, nicht, er muss es doch noch annehmen. Hallo, sieh da oben! Stun ihn einfach. Wo seid ihr lang? Defi, links, rechts. Ich hab ihn ver-verloren. Ver-verloren. Hau ab! Da ist er. Hier, das ist ein Geschenk. Wieso bleibst du nicht stehen? Du bist doch nicht. Es ist Hundrand. Hier. Da, das ist für dich. Du musst auch lesen, was da steht. Feel like a player without actually joining the game. Hier ist Kundra, Leute. Ja. Oh. Oh. Anni Pixel linkt auch noch. Ja. Da ist im Trailer-Raum drin. Alles klar. Ja. Scheiße auf Kundra. Oh. Du der andere Detektor? Ja. Okay. Nein. Wo seid ihr denn eigentlich? Ich frage alle hier. Wieso seid ihr da nicht? Warte, warte, warte. Entschärfen wir gleich. Oh, ich wollte jetzt drauf schießen. Pixel, geh mal weg. Fick. Ah. Sorry. Ich hab aber, glaub ich, keinen Schaden genommen. Hier, nimm mal die DNA vom Botzer. Nein. Lass es. Was? Nimm sie. Nimm sie. Nimm sie. Hast du? Hey, noch nicht. Hey, pass auf. Da oben im Fenster. Lüge. Lügenpresse. Dahinten, hinter dir. Hast du grad auf mich geschossen? Nein. Hinter dir war Kundra. Alter. Was? Hinter ihr? Hier. Hier oben. Ja. Gott sei Dank. Go ist aber auch blind, ey. Ja, ey. Aber ich stand mega weit weg von dem scheiß roten Knopf. Trotzdem bist du angezündet. Nein. Kein Mitleid. Ja. Ja, das ist echt so. Du musst auf der anderen Seite ins Gang stehen und kannst eh drücken. Und nur, weil du dir fünf Punkte einheimsen wolltest. Ja. Hier Lappen. Fünf wichtige Punkte. Jetzt bin ich über die. Du musst das nicht mal als Tracer als der rote Knopf verkleiden. Die anderen Leute dann auch. Und dann immer anzünden. Einstein. Hä? Ich bin nicht schon. Äh. Zit mich fleißhaft, Ka? Nein, abbringst. Damit die Runde nicht mehr in den Müllchen. Okay, mach ich ja. Okay, mach ich ja. ZACK! Ich bin gleich tot. Kapuze ist tot. Goro ist tot. Lange lebe der König. Goro ist tot. 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 Das sind halt die Bösen und die Guten. Ich bin jetzt einer der Bösen. Ich dachte, du bist einer der Guten. Ah Pixel? Komm doch auf. Welche sind die Guten? Äh, du wolltest mich töten! Goro war das! Das war der Goro. Ich dachte, Goro ist tot. Die Guten sind in dem Spiel die Bösen. Hätte einer gesagt, er ist einer der Bösen. Bot, dann pass auf. Perfekt. Oh Gott. Deswegen heißt es ja auch Trouble in Terrorist Town. Ja, weil da Terroristen sind. Weil die Terroristen sind. Weil die Terroristen sind. Weil die Terroristen sind. Warte, 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 warte. Was will ich? Kapuze, Kapuze. Das war Nefi. Ich habe ihn confirmed. Er war's. Er stand auf meiner Liste. Ich habe Nefi gekillt. Ich habe Nefi gekillt. Ich habe Nefi gekillt. So. Und jetzt darf ich ihn Innocent töten. Genau. Das ist genau. So sind die Regeln. Hürfte hier anfangen in zu hin. Weil Innocent zählen auch für einen Traitor. Ja, eben. Ich habe was Böses getan, äh was Gutes getan, was Böses getan. Oh, nein. Sorry. Hast du gerade Fisk geschossen? Fisk. Ich wollte nicht auf die Schießen, ich wollte die Waffe wechseln. Jetzt reicht Fisk. Pixel, sehr verdächtig. Ja, ich habe auch den Efi gekillt. Wo? Nein. Oh, da kam ein Speer. Ich glaube, es ist Daurau, Leute. Da kam von Kundran, oder? Daurau, ja. TauTau hat doch gerade jemanden getötet. Nein, TauTau ist safe. Danke, Jovo. Oh, behindert uns bei der Arbeit. Was ist mit Pixelspaß? Das ist der dritte. Der, ich fand den verdächtig, Pixel. Der ist drin. Pixel ist drin? Ja, ich bin hier. Oben. Das war ja einfach. Der glückliche. Wo ist der denn drin, Juli? TauTau ist auch Trader. Maxi ist back. Maxi lebt wieder. Da habe ich doch. Da habe ich doch gleich gesagt. Da bin ich halt auch nicht. Pixel, Pixel und. Fisk. Lüge. Ach, scheiße. Also Fisk. Wohlenfrieden. Und Daurau. Hey! Wo ist der Daurau? Bozza? Wo ist der denn? Bozza? Hast du ihn wiederbelebt? Hey, was seid ihr denn alle? Ja. Ja, ja. Da war TauTau. Ach. Wo? Er süffelt im Trailer Raum, glaube ich. Ne, hier ist er. Alter, was ging mit dieser Anlage? Die schießt auf mich nur, weil ich einen Traitor gekillt habe. Ich bin Dete. Aber du bist, du hast keinen Anzug mehr. Das ist die Kamera. Was soll denn das denn, ey? Kapuze hat er nicht gehabeniert. Wer hat denn den Walfang eröffnet? Ich. Den Walfang. Schieb den Walfang. Musst du mal wieder ein bisschen abnehmen, Kapuze. Ja, ja. Verwechslungsgefahr. Richtig. Wie war das Walfang mit der Rutsche? Das war richtig schön aus dem Traitor-Raum raus. Ja, so. Ich hab's danach auch nicht gesehen. Also daher kam... Das war aus dem Traitor-Raum. Daher kam der Speer. Verstehen. Da kannst du für mich auch schauen. Das war richtig schön. Ja, du bist schon so ein kleiner Pendler manchmal. Ja. Sagt der eine Österreicher zum anderen... So mal, Nefi! Nefi ist es, glaub ich! Du wollt mich springen! Ja, ich hab's gesehen. Leute, raub es auf! Du musst das gesehen haben. Alter, Nefi wirft jetzt auch noch eine Granate nach mir. Ich hab das gesehen. Du musst das gesehen haben. Oh nein! Tauto. Wo kommt's? Da kommt das nächste Fass. Wer war das da, du? Tauto. Ich glaub, in dem Traitor-Raum ist einer gesprengt worden. Und einer hat das explosive Fass hergebracht. Das war ich mit dem Fass, aber... Das Fass ist aber explodiert. Ja, da hab ich dich drauf geschossen. Aber wenn einer im Traitor-Raum gestorben ist... Dann war's ja ein Traitor. Ist doch gut. Nein, im Traitor-Raum ist keiner gestorben. Tauto ist davor gestorben. Ja, aber wer war das? Ja, du warst das! Nein! Eine Verkettung ungünstiger Zufälle war das. Wo weg dann? Das ist ne Brand. Das ist ne Brand. Nein, ich hab gesagt, im Traitor-Raum ist jemand. Lauf zum Fenster. Wollt ne Plasma reinwerfen. Und dann macht Tauto den und springt vor mich. Und dann hat er dann die Plasma am Hinterkopf. Und dann bringt Kapuze das Fass, dass ich auch noch Damage bekomme. An der Explosion. Wer tut den schon? Aber Fisk muss gesehen haben, dass da einer reingegangen ist. Nein! Oder er hat die Tür aufgemacht. Dann lass Fisk da erstmal töten. Ja, lass mal Fisk. Genau, das können wir... Ja, wir können ja... Alle sollen eigentlich noch leben. Lass mal den Fisk rüber. Ich stimme für ja. Ich darf ja. Ich stimme für ja. Einer dagegen. Einer dagegen. Ja, ja, das ist... Ich hab die volle aufgemacht. Never. Da unten steht's. Da unten steht's. Ich hab ihn. Er hat den Traitor-Raum aufgemacht. Und ich stand nicht wieder hinter. Ich hab ihn. Da ist er. Oh, Julie geht da einfach hin. Oh, Julie stimmt jetzt auch. Das heißt, es ist noch jemand. Nein. Es muss noch jemand im Traitor-Raum sein, Leute. Ich kann's nicht sagen. Nein. Wer ist da drüben? Die beiden da drüben. Ja, Goro und Nephi sind. Nein! Sieben wo? Oh. Ich glaube, es ist Nephi. Nein. Was spricht denn dagegen? Ich hab mit auf Fisk geschossen. Was? Ich hab mit auf Fisk geschossen. Hast du nicht. Ich war ganz alleine. Natürlich. Oh. Bitte. Warum hast du auch gesagt? Achso. War Goro das? Goro ist da hinten. Goro hat, glaub ich, den Plasma auf dich geworfen. Nee. Ich glaub nicht. Der Traitor-Raum ist wieder aufgegangen. Da ist Goro. Ich bin gerade weggegangen. Ich glaub, das ist Nephi, Leute. Ich glaub, da ist noch einer drin. Können wir da nicht irgendwas reinwerfen? Nee, ich glaub nicht, dass da einer drin ist. Aber die Falle wurde doch eben aktiviert. Können wir was da vorlegen? Da vorlegen? Die Falle geht nur von innen an, ne? Nein! Ich schmeiß ne Nancy davor. Das ist die Heilige! Wo? Nein, das ist ne Disco. Alter. Das war ne Brand. Hab ich doch gesagt, ich schmeiß ne Nancy davor. Wer sollte denn da überhaupt drin sein? Ja, keine Ahnung. Der Ding hat drei Ausgänge, wisst ihr, ne? Ja, aber es geht darum, wer könnte da noch sein? Wer lebt denn noch? Kapuze? Ist ins Loch gefallen. So. Goro, Nephi, Granz, ich labern hier rum. Ich bin auch da. Der ist tot. Dann ist Kunde... Nee, dann sind wir alle hier! Ich steh hier zwischen euch. Es sind alle hier. Es ist keiner im Raum. So, ich bin jetzt runter. Ja gut, dann ist keiner im Raum, aber zwei Trader sind hier trotzdem noch. Keiner. Oder Kapuze war Traitor und wurde von seinem Kollegen getötet. Nee, kann nicht. Wenn Kapuze als Traitor in das Loch fällt, wird er in den Traitor-Raum teleportiert. Achso, stimmt. Kapuze ist also... Ne, Speer! Es sind, äh... Da ist noch eine andere. Der ist ein Dead Ringer. Der ist aber im Dead Ringer. Den Speer hat, glaub ich, doch wer anders geworfen hat, nicht? Oh Gott! Hinter euch! Er ist tot, er ist tot, er ist tot. Kunan rennt hier gerade weg. Ich renne weg, ich hab euch gesucht. Ich weiß nicht, wo ihr wart. Darlon und ich sind safe. Sagen wir... Nefi und Kunan können sich duellieren, ne? Jaja, glaub ich auch. Immer diese One-Hits von Nefi. Diese One-Hits, das waren zwei Schüsse. Der erste hat nicht richtig getroffen. Da hatte ich noch 90 Leben, glaub ich. Beep, 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 beep. Da rummorst ein bisschen. Maxi, das war krass. Schaut da, das tut mir echt leid. Das war... Du bist mir genau in die Plasma gesprungen. Wer hat, das war der doofe Fisk. Der doofe Fisk hat das aufgenommen. Der doofe Fisk war das wie gewohnt. Wie du dann sagtest, oh nein, und die Fisk hörte, dann hab ich schon direkt. Wird das nicht im Chat angezeigt oder war Capuz dein Tag? Äh, doch. Der Name, der Name Fisk, stand ja im Chat, als Capuz reingefallen ist. Wenn einer die Traitor-Forder aufmacht, spring ich jetzt inno einfach rein. Geh weg. Also der Traitor-Root, also damit, wo ich Juli getötet hab, das zählt nicht als Teil. Zählt's nicht? Ich glaube, es ist Pixelspaß geworden. Grenz, bitte abschießen. Warum? Das war so obvious. Das war auch abschließend. Wo ist er? Grenz, komm her. Wenn du schießt, fiskreche ich mich. Grenz. Grenz ist Traitor. Juli. Ey, ey. Ich geh hier nicht mehr rein in den Raum. Du musst mich besser verstecken. Ich wollte dich eigentlich retten, Juli. Da bin ich gerade drin gestorben. War das der hier? Ich wollte dich retten. Schnell rein! Ich bin im Traitor-Raum, Leute. Ich bin aber inno. Das haben wir alle noch. Wer hat das aufgemacht? Das ist wieder die Frage. Aber ist der Traitor-Raum ja schon mal so weit, dass hier keiner rein kann? Ach so. Was hast du, deine Hand gehabt, Goro? Hier ist gerade jemand. Botster, found the body of Botster. Okay, Botster. Sag ich doch. Botster found the body of Botster. Das ist natürlich doof, Botster. Botster ist im Traitor-Raum, oder was? Nein, 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 nein. Entschuldigung. Das ist ein Traitor-Falle, oder was? Kann ich nicht retten? Kann ich nicht retten? Nein, kannst du nicht. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Mann, ich dachte, ich kann einfach mal den Knopf. Schrot finde der Kollege. Vor, im Traitor-Raum ist der andere Traitor. Wer? Vor, ich sehe keinen Namen. Ja, Botster ist tot. Wer ist das denn hier? Wer ist das denn hier? Wer ist das denn hier? Ich hab Schuldige, okay. Grüß' euch, Leute. Okay, okay. Warte, kann ich ja sehen, wo du bist? Ja, hier hinter dir im Fenster, guck. Warte, siehst du mich? Ja, ich sehe das, wo der Punkt halt hier ist. Ah, da wird dann ne Brand rein. Nein, das ist Smoke, Mann. Kann ich denn du schieben? Ja, das ist ne Smoke, Mann. Ja, das ist ne Smoke, Mann. Ruhig. Mann, nee, weh. Oh nein, das ist der nächste Ketteck. Oh nein. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist das, Daniel? Kapuze. Was ist los? Was? Zwei Mal ist er jetzt wohl, ne? Ich hab den Knopf gedrückt und dann hüpft er rein. Ja, während ich reinhüpfe. Egal. Er ist auch noch auf cooldown. Warte, warte, warte. Wer lebt denn noch? Ich. Wer schießt denn auf mich? Was passiert, wenn ich hier durchgehe? Botzer ist der letzte wieder. Der ist aber tot. Jetzt hier durch. Ne, ne. Auch Botzer ist tot wieder. Ah, und dann. Ich glaub Kund... Ah, Kundun ist tot. Verdammt. Confirm bitte. Du bist es doch. Ich hab zwei Detectives gekillt, aber auch ein Cracker. Ja. Und das gleich wieder auf, dass du einen Kollegen von dir tötest. Kann mal jetzt einer den... Confirm. Bitte confirm. Welche Nase ist? Pfff. Einer Versuch war endlich. Ja, ich weiß. Jawoll. Nein. Wieso gehst du da denn hin? Weil ich dachte, das wär ne Traitor-Falle nur. Dachte ich auch. Ich hab ganz am Anfang die Tür auf. Dalu ist aber auch Traitor, Mann. Und dann geht Daluwein mich so rein. Ey, ich hab zwei Traitor gekillt. Ach, kann man das denn mal wieder aktivieren? Ja, ja. Ach so. Oh. Vor allem, wie Pixel von vorne beschossen wird, sich umdrehen und mich tötet. Das war interessant. Ich hab zwei Traitor und zwei Detectives getötet. Ja, ich hab nur gesehen, dass ich beschossen wurde. Ja, von vorne, von Juli. Dalu ist da drin, dann passiert ja nix, geht da durch. Ich hab einfach gedacht, oh, guck mal, da ist ein Knopf. Und ich wusste nicht, was der macht, weil ich noch nicht weiter war. Und dann... Und dann war der Knopf wieder ready. Und ich dachte, okay, jetzt kann ich mir mal angucken, was das macht. Drücke den Knopf und dann schmink kaputze rein in die Kamera. Du hast mich getötet. Und Absicht. Kaltblütig. Oh Mann, ey. Nee, gar nicht so. Kaltblütig. Aber wir haben doch den Fall gelöst, Kapuze. Kaltblütig. Fall gelöst, nix. Das ist mir wehgetan. Nee, hab ich nicht, das war ich nicht. Ach so. Die waren Karma. Ich bin im Traitor-Raum. Lass die Mikrowelle, die brauchen wir noch. Du bist schon wieder im Traitor-Raum? Nein, ey, ich bin in der Traitor-Falle. Ach so. Aber die muss ja von draußen aktivieren. Die draußen ist noch so ein roter Knopf. Ja bitte auch. Rote Knöpfe sind immer zum Drücken. Wir sind mehr. Hab ihn gedrückt, aber es passiert nix. Oh doch, es kamen Kugeln raus. Oh Gott. Leute, da ist ein rotes Fass nicht hinlaufen. Ich lauf hin okay. Don't do it. Ich hab's da reingeworfen. Wie konnte das da passieren? Ist reingeworfen? Oh Fisk! Fisk is it. Ich glaub das war ein Goro. Eingeschossen. Genau. Ein Goro. Fisk is it. Fisk is it. What the fuck? Warum schießt du hier ab Wasser? Ey Fisk. Fisk is it. Fisk is it. Alter willst du mich verarschen? Das war Fisk. Wo soll ich das gewesen sein? Bist du bescheuert? Ich will was sehen. Bozza mach ihn fertig. Es ist auch Tau Tau Leute. Ey. Bozza. Das war... Das war ich nicht. Ey Fisk is it. Du hast mich als erstes geschlagen. Das war Pixel. Fisk is it. Was? Ich hab gar nichts gemacht. Was macht ihr denn da? Tau Tau ist es dann auch. Er schießt nicht. Nee. Es ist Fisk jemand im Traitor Raum. Weil die Fale wurde wieder aktiviert. Juli schieß doch auf Fisk endlich. Ey glaub Bozza kein Wort. Ey. Okay jetzt reicht's. Ja wenn du mich noch einmal schlägst. Hau. Ich hab Dalu wiederbelebt Leute. Und der weiß es genau. Wer ist da? Reiße uns denn weg. Oh. Er schießt. Er schießt. Boah. Du hast mich angeschossen. Als Dete. Es war nicht Fisk. Also ist Botster. Was tut ihr? Wixelspaß hat mir grad in den Rücken geschossen. Warum ich? Aus Versehen. Oder vielleicht ist es auch John. Nein. Oder nicht. Es ist Kundran. Keiner ist Kundran. Es ist Kundran. Ist das jetzt diesmal ernst? Kundran ist safe call. Tötet ihn. Kannst du mich heilen? Nee gerade nicht. Äh. Kundran ist das ja. Ich war doch confirmed. Vor mir wurde gerade einer abgeknallt von rechts. Ja. War das? Da. Aus dem Traitor Raum war das dann. Aus dem Traitor Raum. Komm raus du Falkling. Ja. Das ist doch echt. Sorry. Aber ich finde den Traitor Raum echt affig. Ganz ehrlich. Ich versteck mich einfach am anderen Ende. Der Mann. Der Randalier. Der Randalier. Der Randalier. Der Randalier. Der Randalier. Na wieso? Er ist ja erstmal. Also ich darf eigentlich nicht reden. Aber er ist ja nicht mehr allein. Es sind ja noch andere Traitor da. Ich wollte gerade sagen. Ihr habt noch zwei andere die ihr töten müsst. Achso. Aber drin ist ja einer. Ja. Deswegen. Glaubt ihr wohl nicht du siehst. Bist du drin? Achso. Mach nochmal die Tür auf dem Rand. Höchstwahrscheinlich auch die Tür. Aber zu. Was folgst du mir so hin? Der hat eigentlich gelaubt Dalu wieder zu reden. Ich bin vor Ort mit dir durchschieß. Ich bin es nicht. Äh. Sonst ist alles fit bei dir oder was? Es wurde geboren. Er ist ja frei. Hast du jetzt alle erschossen? Nein. Sie hat das Botster erschossen. Okay. Die haben sich gegenseitig erschossen. Wurde geboren. Nein. Sie hat das Botster erschossen. Nein. Wurde geboren. Aber der Pixel ist so gut wie auch. Wir haben ja Pixel so gut wie auch. Wir haben ja Pixel so gut wie auch Konferen. Wir haben ja eine mit zwei Reichen. Dann kamst du um die Ecken und keine Ahnung. Also haben sie sich jetzt gegenseitig erschossen, weil sonst war es Pixel. Genau. Ich habe Juli erschossen. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Juli hat Botster erschossen. Es ist immer noch Konrad. Es ist immer noch Konrad. Da. Lass mich für die ganze Zeit hinterher Pixel. Ja wenn er das macht, kriege ich auf der Liste. Weil ich Angst habe, dass ich erschossen werde. Ja wenn er das macht, er schießt. Ja ich erschieß dich gleich. Ist ein böser Bube. Ich habe immer viel Leben. Ich habe ein bisschen Angst. Ich gehe weg von euch. Also. Ich gehe weg von euch in der Liste. Wo? Wow wow wow. Was du was? Ah Kapuze. Hey. Und Pixel der letzte wie gesagt. Pixel do it. Bis zum nächsten Mal, Leute! Bis zum nächsten Mal, Leute!